ja und so steht es herz und wir haben sich die warte ich meine anders ohne Witz Janus Witt die Hälfte noch mal kurz nur eine rechte Sonne A nicht erst wie viel abdurchschnittlich zu Ende ich bin aber kurz hinten in die Höhle gegangen und ich hab nochmals ein Kieskuhl abwürdig weil schicken ich hab mir es ja durch den schicken und schicken ist scheiße glaube ich sei meist nicht weil ich sonst ein Schieter bin aber ich finde wirklich schicken scheiße und hier gehen wir dann gleich hoch würde ich sagen ohne Witz mann hier gehen wir zu hoch ich heiße Marvin ich bin ich 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 habe ein gut läuft bei dir ja ich gerade noch offen das ist noch eine Aufnahme in Anführungszeichen zu Gäser nur mein Partner ist gerade nicht der ist nicht mehr im Sport sehr toll deswegen nehme ich jetzt alleine auch eine Runde ähm ja ich bin übrigens die ganzen Ferien nicht da Ferien? Sommerferien? nein diese Ferien was ist Ferien? ich habe jetzt ab diesem Freitag für zwei Wochen Ferien Pfingsten oder warum habt ihr alle Ferien? kann das sein, dass ihr das einzige Bundesland seid? kann sein, wir sind die, die am meisten Ferien haben in ganz Deutschland wo wohnst du nochmal? Baden-Württemberg? ja genau wir sind die keine Arschläche, die euch immer alle Ferientage klauen ähm eine Frage, warst du schon im Europatag? ja ich auch letztens wieder die ist richtig geil oder? jo also es geht bester Park hier im Kreis btf 250 aufrufe auf technischen Nachrichten aus den USA 81 aus deutschland, 20 aus austria, kanada 12 schweden 8, china 7, frankreich 5, unbekannt 3, singapol 3, niederlande 2, wtf äh ich kann ja mal nachgucken nachher wie viele bei mir über mein link nachguckt haben ich mach ja auch schon nicht für euch werbung ja ich seh ja hier von wem welche verlinkungen und so ein Zeug stammt äh btg guck mal bit.ly also bit.ly slash techniknews damit du schon Geld bekommst nö ich mach das bei bit.ly, da kriegt man keine Kohle für natürlich kannst du bei bit.ly mit Geld einstellen wie denn? kann man ja nachher mal erklären ja bit.ly, ad.fly, da ist überall, kannst du überall Werbung einstellen, du musst halt manchmal proben war so ist auf heilt leid leck mich am Arsch btf kennst du die hlp ähm hölmaschine portable wie was? hölmaschine portable, das game laptop für jeden gratis zu verschenken ok pc welt, youtube, ich bin gut weg ok user nicht, youtube, nein es wirklich so, also nicht wundern das ist also ich bin bei ihm bei Linz beiden äh da hab ich noch der Alex dazu, da bin ich in der Redaktur mit drin ich will nicht grad machen wie die Seitenränder äh das sind echt ganz schöne Spatzsteine oh hab ich entfallen was fuck, egal ja so wahrscheinlich Treppe sieht eigentlich ganz gerne aus, guck mal, wenn man jetzt mal hier so runter rennt hier so mit dem Speed Trunk, kann ich mir das echt gar nicht vorstellen aber ich hab ja hoffentlich schon gesagt, dass der Dabi was hier hat mit dem Sport ist ja ja ich hab ja gedacht, mach ich hier nochmal ein bisschen den Weg weiter würde ich jetzt hier auch das Haus noch ein bisschen erweitern ja ja ich hab ja ich hab ja mal weich ist eine Macht weil gerade plötzlich die Schilder und die Schilder wieder bestätigt Handels ich habe jetzt mal gewandt und dann wie wir stehen bei Anfragen also was verzerrtet wird und besorgen sich an den Verhältnissen die E-Mail sind ich will das kann ich einfach hören wenn soll mir fragen ob die Jörgen dürfen z.B. hier war ja grad so Bombo, Bombenjoe dem hab ich das ja auch erlaubt, dass er joint aber das die Leute einfach manchmal so und rund joint das bin ich kacke das ist nicht gut das ist auch nicht schön mit wem redest du? ich bin in der Aufnahme ach so, schönen Tag noch an alle die hier grad dabei sind da ist das komisch rüber, ich sag mal hallo, mal bei mir abonnieren genau die Tech-Kraft auch verabschieden Nexty ich muss dich mit zwei beschreiben, als war ich bin redest du ja, meine Hand ich bin in der Hand nicht so, ich überleg grad, aber übernehme, ich wollte jetzt nicht um ihn ausbauen, oder? das sieht aber schon recht geil aus das ist einfach so ein Weg lang jetzt, der da nur so auf geht ich hab dann nur kurz zu weit ich bin wesentlich jetzt und hier drunter das mit überschicht den Offscreen macht soll noch ein bisschen stein warum Offscreen? weil ich sag ja, nicht schicken, aber ich finde manche Sachen darf man auch erschicken also nicht erschienen, sondern man ja, dass man da mit slash fly, dass man sich hier untersetzt, aber z.O. für Spezialfälle mit zwei Schweden ausbauen aber schreibt man in die Kommentare, ob wir das wissen, dass wir das wünschen ich dann nicht erst nächste Woche machen wann kommt die Folge jetzt? wenn die Sonntag kommt, machen wir das nächste Woche wenn jetzt noch erst Montag kommt, machen wir das noch diese Woche und wie nach dem wann die Folge kommt doch, müsste Sonntag kommen du kannst überblicken ich hab mir schon so viel aufgenommen ich hab mir schon so viel aufgenommen ich hab mir jetzt die dritte vierte Folge die ich aufmühe da, wie auch immer aber jetzt erst mal schon schön Boden warte, 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 warte ich brauche ich mal übertreten die Maus ich ach man, ich wollte hier nach so überspringen mal gucken, wie das von unten aussieht und dann würde ich nämlich gleich wahrscheinlich Monster machen doch das sieht schon sexy aus so das finde ich aber gleich zu groß aber egal so warum hab ich so viel kiesgefahren so 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 ich sage machen wir jetzt noch mal eben hier die Reihe durch wir hier auch wirst fertig sind so 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 ich diese ich ich sage noch mit denen 20 drei ех vorletzt ist kürzer es lag dran weil Dami-Bas-Lehrer 2 15 Folgen aufnehmen weil er dann los muss und schützt ich werde dann noch ich glaube 25 Minuten da dann jetzt man 22 Minuten vorher eigentlich machen können aber es ist ja jetzt auch egal ich halte es dann noch drangesetzt weil er ist nämlich einfach nach 15 Minuten da hat er gedacht ja ist jetzt auch ärgerlich wenn man dann wieder aufhört sie hat das halt mal zu Ende ich kenne das ich finde das ja selbst scheiße wenn man sich da so auf eine Sache verreut dann ja das IT in der nächsten Folge dann ist das immer richtig kacke deswegen mache ich nicht immer die Folgen dann so gut wie es geht immer du nicht ich glaube der wird sie so erschreckend wenn er hier nachher rein dann kommt der ganzen wenn ich jetzt aber ja und ich wollte hier ist ja schießt und ich wollte ins Bordach weil er ist schon ja aus und sie nachher ins Bord umsetzen ich finde da das Bord zwar nicht scheiße gesetzt aber ich finde das Bord noch das Bord noch oder wir lassen das Bord der ist eigentlich auch recht schön und trotzdem dann vielleicht mit dem Weg dass man dann Schilder noch macht aber das wird mal alles kommen aber das wird mal alles kommen wie viel Holz ist hier gerade für Baller ich hoffe wir haben heute sonst ziemlich schlecht aus dem Hausbord dass er erst mal wieder Holzfahnden gehen und sie sollten mich hier nächstes Kurshauslich Bord und Schmalen Fahndung die erste so ich würde sagen dass es ist erst mal die Baumfahrer wo man dann sonst fällt wenn man nur Bäume pflanzt weil hier ist ja bisher so 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 da unten auch da muss ich mir auch noch pflanzen so wie immer alles natürlich aussehen ja so 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 wie ich sagen aber das sieht schon schön aus was muss man so anschauen das so und nur noch ein eingang aber den Bord nachher die 50 ins Restaurant das Leben da hat sich noch mal und mein Geruch und ich habe Prozent das ist der Unterweinschen Fahndorf und dann wenn ich für schlichten noch zu Ende ich habe ja allerdings gut und hat zu mir das Reisen die Kies die Kugel er passt nicht bereit so wie sagen wir uns erst mal Kohleblöcke geht es an die Banken größer stimmt ja sie immer noch ein Verlänger der Zeitverschätzung für die Sehns Niemanns Nervanen die Kärme geht an den Garten Klang in Schnellberg Kuhle Blöcke Köln das schon sieht das ganz ziemlich viel mehr aus was hat er denn gemacht das schon da so den Ofen brauch ich das brauch ich wahrscheinlich gleich auch noch die Sitzlinger Gold mitnehmen Künftig das schon hier rein Köln damals brauch ich wohl auch nicht mehr Köln 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 jetzt mal gucken die Baumfarben dafür bräuchten wir eine Zäune Zäune und ein Schild und wie ging hin? Wir haben ja die Zäune neu gemacht wir haben nämlich eine andere Zäune gemacht ich weiß das nicht weil ich mich letzte Folge da so schwarz geärgert hab er hat schwarz gesagt weil ich da dann plötzlich irgendwie so viel also ich hatte wirklich so viele Dinger gemacht von denen also hier Snicks und plötzlich brauchte ich sie doch nicht das war so scheiße ärgerlich so 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 mal gucken was denn halten Fakten da finden so eine Fackel egal würd ich sagen machen nachher ey guck mal sind schon wieder so scheiß Bugs ach genau das war die Sechze mit dem Bugs es war da hinten auch irgendwie eine richtig kacke ne der weiß nicht der wäre es gewesen er macht mich das nach der nach der erde das ist ja dass wir schon mal eine kleine baumfarbe haben hier ein und die schweinung hier 3 ich will mich immer noch dass man da durchlaufen kann wenigstens das ist mir nämlich wichtig 3 sie hat sich noch mal größer gebaut aber das ist jetzt auch so ok ich sage und halt nur mit 200 Euro weiß wie es ungefähr ich sage noch mal hier noch also v5 Version, ab 9 und 9 und 10 Kann man hier nicht mal so gut am Baum machen? Ich muss da noch ein bisschen drauf Dann könnte ich die nämlich schon mal in der Zeit nachspawnen Ich weiß nicht, aber ich möchte auch noch ein bisschen nützt Ich sage noch mal ein bisschen Ich finde das ist hier noch doch zu Karl Ohne Witz machen Das ist schlecht Ich kann es nur Abend Du brauchst unbedingt Bowen mir Das sehen soll noch so langsamer mal Monster angemacht werden Nämlich wollte ich erstmal noch was erreichen in Anführungsstrichen Woher wir hier irgendwie so Sachen machen Nämlich geht es Z 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 So Z Z Z Z Z Z Z Z So, hab ich Kies dabei, aber jetzt ist es ein bißchen, wenn ich sage, machen wir hier den Weg zu Ende, so mal gucken, genau, haben zwar jetzt ungefähr 20 Minuten, da ich hab ja gesagt, die Formen sollen immer so um die 20 Minuten, die waren ja 22, 22 Minuten und so, das ist ja wohl, das finde ich für euch nicht so schlimm. Ach, genau, und für die Frage, warum haben wir denn kein Singleplayer? Singleplayer wird nie wieder ankommen, aber ich hab gerade recht wenig Zeit, weil in der Schule arbeiten, in der Schule aus und so, deswegen, da wollte ich noch wenigstens, die Sachen müssen wir schaffen, darf ich nicht sagen, wenn es ihm sind, dass ich ihn nicht tatsächlich hatte, sind da Penske, dann ist er mitführendst ordentlich oder was? Aber ich habe schon gleich für ein particip offering oder ich kann auch nichts so, dann muss ich das jetzt kiezen und dann machen wir den Cut so, Flaschen hochrennen vielleicht nochmal eben ein bisschen Terror-Bowling machen was weiß ich genau, das ist dann immer doch sieht gar nicht nur so schlicht aus Ach, hier kommt noch ein Stück. Und das. So. Wissen, die sind gerne. Ok. So. So. die k und die Frage auch schon warum die ganzen die ab schulden kann ich nicht ich der Kassel der so einstellen dass es sich auf den Schwerpunkt nicht ich bin schüttelte es ist ja auch öffentliche Städte so man schnell die ich habe diese Verlust nicht die 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 ich wenn ich sagen ich mache immer nach vollends abbilden st 2 ihr müsst sagen sie muss er ließ die folge das blau da jr bleibt geile schau